Was haben der Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Joachim Löw, der aus der Fernsehsendung der Höhle der Löwen bekannte Investor Frank Thelen und die Travestie-Künstlerin Olivia Jones gemeinsam? Alle drei gehörten 2017 zu den 1260 Personen, die den aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewählt haben. Was die Aufgaben des Bundespräsidenten sind, wie er gewählt wird und wieso ihn Löw, Thelen und Jones mitwählen durften, erfährst du in diesem Video. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Seine Macht ist im Gegensatz zu den Präsidenten vieler anderer Staaten beschränkt. Auf die aktuelle Tagespolitik hat er kaum Einfluss. Der Bundespräsident hat hauptsächlich repräsentative und völkerrechtliche Aufgaben. Er schließt Verträge mit anderen Staaten, vereidigt Richter, Offiziere und hohe Beamte. Er nennt den Bundeskanzler und unterzeichnet Gesetze. Dabei kann er seine eigene Meinung aber nicht einfließen lassen, sondern kann lediglich Bedenken bezüglich der Verfassungskonformität, also ob etwas den Grundsätzen des Grundgesetzes widerspricht oder nicht, äußern. Das kommt zwar selten vor, es gibt aber doch ein paar bekannte Beispiele. Im Jahr 2006 stoppte der damalige Bundespräsident Horst Köhler ein umstrittenes Gesetz zur Privatisierung der Flugsicherung. Außerdem hält er als unparteilicher Vertreter öffentliche Reden im In- und Ausland. Er besitzt außerdem die Gnadenbefugnis, das heißt, er darf von Gerichten verhängte Strafen erlassen. Zudem übernimmt er auf Antrag der Eltern eine Ehrenpartnerschaft für das siebte Kind in der Familie. Der Bundespräsident verdient jährlich knapp 300.000 Euro. Der Grund für die geringe Macht, die der Bundespräsident in Deutschland hat, liegt der Vergangenheit. Zur Zeit der Weimarer Republik, die nach dem Ersten Weltkrieg existierte, hatte der damalige Reichspräsident deutlich mehr Macht. Er war nicht nur der Oberbefehlshaber des Militärs, sondern konnte auch das Parlament auflösen und für eine gewisse Zeit mithilfe von Notverordnungen quasi alleine regieren. Dieses Recht wurde in den letzten Jahren der Weimarer Republik und ab 1933 von Adolf Hitler schwer missbraucht, sodass die Gründungsväter der Bundesrepublik die Rechte des Präsidenten eingeschränkt haben. Wer Bundespräsident werden will, muss mindestens 40 Jahre alt sein. Er wird alle fünf Jahre von der Bundesversammlung gewählt. Die Wahl findet ohne Aussprache statt, das heißt, es wird innerhalb der Bundesversammlung nicht vorher über die Kandidaten diskutiert. Der Ort, an dem die Bundesversammlung zusammenkommt, ist der Reichstag in Berlin, wo sonst die Sitzungen des Bundestages stattfinden. Die Bundesversammlung setzt sich zur Hälfte aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und zur anderen Hälfte von gewählten Vertretern der Bundesländer, wodurch sie immer doppelt so groß wie der Bundestag ist. Wie zu Beginn erwähnt, bestand die letzte Bundesversammlung 2017 aus 1260 Personen. Die Länder schicken nicht nur Abgeordnete der Landtage, sondern oft auch bekannte Gesichter aus Sport und Kultur zur Bundesversammlung, wodurch Joachim Löw, Frank Thelen und Olivia Jones 2017 dabei waren. Der Bundespräsident muss mit absoluter Mehrheit, also mit mindestens der Hälfte der Stimmen der Bundesversammlung, gewählt werden. Wenn das in zwei Wahlgängen nicht gelingt, reicht im dritten Wahlgang die relative Mehrheit. Das heißt, der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt, gewinnt. Meistens einigen sich vor dem Zusammentreffen der Bundesversammlung mehrere Parteien auf einen Kandidaten, sodass seine Wahl als sicher gilt. Da die Öffentlichkeit damit kaum Einfluss auf die Wahl hat, kommt immer wieder die Forderung auf, den Bundespräsidenten in einer direkten Wahl vom Volk wählen zu lassen, wie es beispielsweise in Frankreich oder Österreich der Fall ist. Eine Person darf maximal zwei Amtszeiten haben, kann also höchstens zehn Jahre Präsident bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.